Musik Sie seien die Glocken, die klingen Elfe, behalte deines Amtes, was haben wir heute für ein Säcklein? Du musst das nach vorne ziehen, sonst sehe ich das nicht. 20. Hurra, Türchen, äh, Sack 20. Ja. Sie sind immer nervöser beim Aufmachen. Ja. Weil es langsam auf Heiligabend zugeht, ne? Hm. Nur die Strippe, die vergessen ist, tust du immer wieder nach hinten biegen, ne? Also ist fantastisch. Ich glaube, manche Sachen lernen manche Leute nie, rantern, 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 tantern, wie Autofahren und so. Ja. Schnur wieder drin. Ja. So, haben wir wieder ein Lickerchen Böhmse. Sehr schön, die sind auch astrein, die werden nicht lange halten. Futter ich auf. Ah, das kommt schön bei uns alles auf den Süßigkeiten auf. So. Tja. Das hast du schon vergessen mit dem Hüffelten, ne? 20. Ja, da ist er. Ja, ich bin mal gespannt, ob das auch wieder eine Sparversion gibt. So ein bisschen Pappe mit was dran. Ein Klavier, ein Klavier, ein Klavier aus Mrs. Tewsitz. Hurra. Was sind das denn? Ich glaube, ich weiß, was das ist. Hast du genau nachgeguckt, ob alles raus ist? Alles draußen. Sehen für mich aus wie ganz normale, also so rum gesehen, Blumenböte, wo die Päts von gestern, also die Erdpäts zumindest nicht reinpassen. Sehr witzig. Äh. So. 19, 20. Aha. Da sollen eine Sonnenblume rauswachsen, ne? Ja, klar. Den Samen muss man auch wieder selber kaufen. Mit absoluter Sicherheit. Also die schmeißen sich hier wirklich in Unkost mit dem Plastikdinger, ne? Mein lieber Kokoschinski, doch. Was haben wir hier noch Schönes? Das Samen darf gekauft. Hä? Da guckt hier, Samen, und das ist der Boden, der da reinfällt. Da wächst dann ein Kürbisch und eine Sonnenblume raus. So ein kleines Teil. Weiß ich nicht, weil das für Lilliput ist. Keine Ahnung. Komm, mach mal einen Takt. Hau rein, gib Gas. Gib die Pflanzenerde deine Wasseraufquellende Tropftablette. Topftablette in beiden Pflanztröpfchen und drücke mit dem Spatel kleine Vertiefungen in die Oberfläche. Sätze entweder Pflanzensamen oder schon ausgekeimte Samen hinein und es bedeckt. Sie mit etwas Erde. Gieße sie mit Hilfe, die Pimpette vorsichtig mit Wasser und lass sie ruhen. Die Wurzel werden sich täglich weiter nach unten ausweiten, wogegen die kleineren Blätter immer weiter nach oben hinwachsen. Je größer eine Pflanze wird umso Platz. Ja, ja, bla bla. Was haben wir hier noch? Zum Keimenwachs und um eine Pflanze mit Blüte und Frucht zu werden, braucht der Samen vier wichtige Dinge. Weißt du welche? Licht, Wasser, Nährboden, Luft. Und Liebe haben sie vergessen. Meine Fresse, haben die doch Nerven? Das kann doch auch nie wahr sein. Die haben uns jetzt wirklich zwei Miniatur-Blumpöttchen reingepackt mit der Anleitung, wie man, also, haben wir, ne? Oder sind wir verwöhnt vielleicht? Vielleicht sind kleine Kinder, die das kaufen, aber das steht hier. Ab acht, ne? Also, da muss ein achtjähriger Junge oder Mädchen voll begeistert von so einer Blumenbott, ne? Da kriegst du doch bei der Mama ein bisschen rein, ne? Essen ist fertig. Ja, 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 ja. Apo-Essen. Da kommt gleich noch ein Filmchen zu. Ein Daumenfrauber. Und das wollte ich noch gezeigt haben. Eine Halbzoll-Eckschwede mit S-Maul. Ganz toll. Und da bin ich begeistert von. Ich dachte mir, die kaufst du mal einfach. Braucht ja da mal eine Zange. Und, ja, die kostet mal eben zwölf Euro mit Porto. Und die ist gut, ne? Also, für zu Hause, zum Gebrauch ist Astrein. Die Zölge habe ich ja schon. Und jetzt kommen die nächsten noch andere Zangen. Und dann bin ich wieder voll aufgerüstet. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Ich bin wach hier mit den Dingern, ne? Ja. Und, ja, beim Essen wohlgemerkt. Die Feiergarde ist beim Essen. Auch Weihnachten, da soll man sich benehmen. Und nicht so wie der Rüpel, der jetzt kommt. Und jetzt habe ich keine Lust mehr. Morgen ist schon 21. Dann geht's los. Heiligabend. Ding, 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 ding. Bei dem Video sieht man ja immer, wie sich meine Hand wieder abheißt. Ja, wie schnell das heilt bei dir, ne? Ja, ganz lustig. Jetzt nimm doch mal vor den anderen Daumen. Schon heile. Das ging aber schnell. Sehr schön. So, jetzt sind wir aber weg. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Okay. Bis zum nächsten Mal.